Wir befinden uns im Jahr 2022. Die ganze Weltbevölkerung hat Probleme damit, ihre Klimaschutzziele zu erreichen und den CO2-Verbrauch zu reduzieren. Die ganze Welt? Nein. Denn die unbeugsamen EinwohnerInnen einer Stadt in Deutschland haben dem Klimawandel jetzt den Kampf angesagt und arbeiten unermüdlich daran, CO2 einzusparen. Die KasslerInnen benutzen jetzt die Klimo-App. Ähm, was für eine App? Mit der Klimo-App kannst du schnell und einfach deinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen und verbessern. Lade dir einfach in deinem App Store die Klimo-App herunter und leg sofort los. Wenn du alle Eckdaten eingegeben hast, bekommst du deinen aktuellen Fußabdruck berechnet. Keine Panik! Deine Daten werden von unseren Partnern vertraulich behandelt und anonymisiert für Forschungszwecke verwendet. Außerdem kannst du später alle deine Angaben verfeinern und anpassen. Die Klimo-App bringt durch motivierende Challenges Spaß ins klimafreundliche Leben. Verdiene dir tolle Belohnungen und finde heraus, wer in deinem Umfeld den besten CO2-Fußabdruck hat. Außerdem hilft Klimo dabei, spannende Klimaschutzprojekte in Kassel zu finden und zu unterstützen. Unter www.klimo.ecocrowd.de findest du eine Liste nachhaltiger Projekte in deiner Nähe. Also, lad dir jetzt die Klimo-App runter. Und wer weiß, wenn wir KasslerInnen mit gutem Beispiel vorangehen, holen sich immer mehr Menschen die Klimo-App und verbessern gemeinsam mit Kassel die Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017